Wir sehen was, die Golems sind jetzt erstmal, glaube ich, höchste Prio. Wobei, erstmal wäre das hier, ja gut, da fehlen halt Boards, aber die sind ja auch bald da. Der Fire Ballista Tower, Eis, Eis, Fire, okay, perfekt. Die beiden sind so gut wie fertig. Mach das hier bitte mal als allererstes fertig. Ja, da unten wird fleißig gearbeitet und Sachen aus dem Berg rausgehauen. Wie sieht es denn aus? Haben wir schon Gold bekommen? Guck mal, wir haben Gold. Ja, jawohl. Und hier sehen wir jetzt auch schon, die, ja, das können wir eigentlich getrost verkaufen, die ganzen Ledersachen. Die brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Deswegen sage ich jetzt da einfach mal, bis auf 5 hinauf wird alles verkauft. Von den Helmen wird 2 verkauft, 2 verkauft. Hiervon kann auch auf 5 auf alles verkauft werden und von den Schilden eben auch 2 verkauft. So. Schlüssel verkaufe ich natürlich keine, denn wir wollen ja Geld generieren, um an Schlüssel zu kommen. Das ist ja Sinn der Sache. Hier wäre dann noch die Migration und der Kurier, womit wir Sachen, also, äh, Rohstoffe und Siedler in die anderen Gefilde schicken könnten. Oh Leute, ich komme nicht so schnell mit den Häusern hinterher. Jetzt haltet euch doch mal ein bisschen zurück mit dem Kopulieren hier. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt, was die nächste Energie sagt. Wie low energy. Ach, guck mal, da kommt die Energie. Sehr schön. Jetzt bin ich doch mal gespannt, was die nächste Nacht bringt, weil, äh, langsam kriege ich ein bisschen Panik. Die haben das erste Mal unsere, unsere Mauer hier unten durchbrochen. Ich glaube, unsere Golems sahen auch schon nicht mehr so gut aus. Mh, nicht so gut. Deswegen wäre es vielleicht auch sinnvoll, wenn wir hier jetzt erstmal mit höchster Priorität diese 3 Golem-Dinger upgraden. Erstens kommt dann ein Golem mehr. Und zweitens machen sie dann Elementarschaden, was vielleicht ganz sinnvoll ist gegen Sachen wie, äh, gegen Gegner wie Skelette oder Fire Demons. Äh, Fire Elementals. Ich glaube, gegen die Fire Elementals wäre Eis am besten. Haben wir ja. Feuer ist wahrscheinlich am besten. Muss ich mal gucken, was da gleich für Gegner kommen. Haben wir uns auch noch nicht so genau angesehen. Oder ich noch nicht. Äh, was jetzt genau für Gegner das sind. Boah, hier oben wird wirklich sofort alles wegverarbeitet. Wenn ich bedenke, was wir gerade schon alles weggehauen haben hier. Ja, ich motivate mal eben das Land hier oben. Nur mal um zu gucken, was es denn bringt. Ja doch, wächst doch ganz ordentlich. Ja, ja, ist schon. Ist schon ganz nett. Kann man nicht meckern. So, direkt wieder auffüllen hier unten dran. Also im Zweifel kriegen wir das schon hin, dass wir das Land hier wieder aufforsten. Äh, wie sieht es eigentlich mit unseren Wasservorräten aus? 6.000. Das waren wir bei 12.000, oder? Als wir angefangen haben im Winter. Aber guck mal, er kann wieder Wasser holen. Sehr schön. Ja, sehr gut. Also es ist dann tatsächlich im Winter so, dass nur einzelne Zeiten, in denen es eben unter dieses... Ja, unter diese zwei Striche hier... Oder zwischen diese zwei Striche hier fällt. Dann ist eben die Zeit, in der wir kein Wasser holen können. Weil es eben zugefroren ist. Aber so an für sich sind wir eigentlich ganz gut durch den Winter gekommen, ne? Wir haben jetzt noch genug Rationen, genug Essen. Können das Ganze auch nochmal aufpowern, wenn es dann soweit ist. Wo kommt denn das jetzt eigentlich her? Achso, das war wahrscheinlich von dem Meteorregen. Ah, ich erinnere mich, ja. Ich erinnere mich dunkel. Was ist denn mit unseren Waymakern? Die können hier eigentlich auch mal noch... Natürlich doof, das jetzt zu machen ausgerechnet. Wo ich eigentlich eh schon so viele Upgrade-Pläne habe. Aber mei, ist doch... Wir haben es doch... Wir sind doch großartig. Großartig. So, äh, guck mal, die Golems. Der erste ist aufgewertet. Lightning Crystal Golem. Haha, sehr schön. Das ist auch gleich fertig. Das ist fertig. Jawohl. Jetzt können es nämlich 5 von 5 Golems sein. Hier können es auch 5 von 5 Golems sein. Und hier dann gleich auch 5 von 5. Höchst hervorragend. Haben wir nämlich 3 Golems mehr und 2 Tower mehr und 2 Tower Upgraded. Und eine bessere Reichweite hiervon. Guck mal, dann sogar direkt am Tor hier. Und die werden auch tatsächlich angelockt jetzt, glaube ich, von dem Ding. Die bleiben jetzt in dem Umkreis hier ungefähr. Ja, doch. Das ist sehr gut. Habe ich den Outpost upgraded? Ja, Tatsache. Ich habe den zu einem Holzhaus gemacht. Hey, bin ich stolz auf mich. So, und das Ding auf jeden Fall Poison. Ich kann mir vorstellen, dass Poison einfach... Ja, accept essence from collectors. Energy per shot 15. Poison plus 50 bis 75. Jo, nehmen wir. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich muss mein Haupthaus bei Zeiten wieder upgraden, denn ich sehe gerade 62 von 64. Wir haben Häuser für 73, 75 Leute haben wir. Das heißt, irgendwer hat auch noch kein Haus. Hier unten wird die High Occupancy Housing. Minus 3 Sleep Speed. Das nehme ich mal in Kauf. Aber hier wohnt dann eben die Arbeiterschaft, also der niedere Pöbel. Äh, das dreckige Pack, das eben Steine kloppt. Die wohnen hier unten im High Occupancy Housing. Muss man ja auch mal so ganz klar sagen. Äh, und hier wird auch noch eine Poison Ballista draus. Hat auf jeden Fall allerhöchste Priorität. Wie sieht's hier oben aus? Dusk has arrived. Okay, wir haben wieder 73 Munitionen. Ich würde sogar auf 100 hochsetzen. Weil so viel, wie da unten geschossen wird, ist es wichtig, dass sie eben auch relativ zügig die Munitionen nachliefern können, weil sonst haben wir nämlich da auch ein Problem. Ah, und guck mal, alle Leute können wohnen. Das ist sehr schön. Und hier ist sogar Wasser drin. Da können sie sich ein bisschen bedienen. So, und hier unten wird dann eben ja quasi ein Quartier, ne? Ein Arbeitsquartier, wenn du gerade nicht... Ist wie so eine Arbeitswohnung, ne? Wo du unter der Woche einfach in der Wohnung lebst. Kannst dann arbeiten gehen. Die ist nicht schön. Die meisten Arbeitswohnungen sind halt eben so kleine Einzimmerklitschen, wo du gerade mal so eine Kochecke drin hast. Ja, und wenn du dann Wochenende hast und Feierabend, dann gehst du eben hier nach oben zu deiner Familie, nach Hause oder wo auch immer hin. Das Einzige, was ich da noch dazu sagen muss, ist, unsere Leute hier haben natürlich kein Wochenende. Das heißt, die sind für immer dazu verdammt, in dieser Klitsche zu leben. Naja, sei es drum. Man muss auch mal Opfer für die Gemeinschaft bringen. Und in dem Fall finde ich das durchaus gerechtfertigt. So, hier kann ich auch nochmal upgraden. So, haben wir denn noch freie... Ne, wir haben leider keine freien Leute mehr. Guck, jetzt ist es wieder gefroren, weil es jetzt wieder unter... Und es ist very cold. Das heißt, jetzt können wir es schon wieder vergessen mit dem Wasser. Okay, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Da mache ich mir keine Sorgen. Hm, 75 von 75. Ja, ja, jetzt... Haben wir langsam ein bisschen ein Problem mit der Einwohnerschaft. Vor allen Dingen, ich merke auch, es macht vielleicht sogar Sinn, dann relativ zeitnah jetzt in eine andere Region zu expandieren. Weil wir jetzt einfach überschüssige, überschüssige Siedler, überschüssige Menschen, die wir haben, um das mal so zu formulieren, die könnten wir jetzt einfach in die andere Region schicken, ohne dass sie uns hier Probleme bereiten, dadurch, dass wir ihnen Häuser und Essen und Wasser zur Verfügung stellen müssen. Ich meine, grundsätzlich wäre das kein Problem. Wir könnten hier jetzt noch quasi so eine Ecke raushauen hier, so eine ganze Ecke. Könnten hier einfach alles voller Farmen bauen. Und hier unten auf dieser kleinen Insel, die noch so ein bisschen erweitern und da eben jede Menge Wasserproduzenten herstellen, dann wäre hier unser Fressgürtel. Aber es ist halt doch ein Problem, weil ich habe gar keine Zeit, so viel da oben zu bauen, weil ich mich jetzt wirklich auf die Verteidigung konzentrieren muss. Es kommen einfach zu viele. Es kommen zu viele. Oh Gott, wenn ich das schon sehe, was da unten schon wieder auf uns zukommt. So, das Ding ist gleich fertig. Da fehlt nur noch ein Brett, bitte. Haut mal rein jetzt und mach das Brett fertig. Oh Gott, ich habe das Gefühl, das wird jetzt eine epische Schlacht werden hier. Es... Oh, da kommt direkt die nächste Welle. Okay, das geht so nicht weiter. Ich muss... Ich muss da irgendwas machen. Ich muss da irgendwas, muss ich mir da einfallen lassen. Boah. Also wenn ich sehe, was da alles gerade auf uns zumarschiert kommt. Aber hier oben, das Gewusel, das gefällt mir auch sehr gut, das Grüne. Da, wo wirklich viel los ist jetzt mittlerweile in unserem Dörfchen. Das ist schon ziemlich cool. Und was ist mit unserem... Ja, ist schon wieder stark angeschlagen, das Ding. Ist gar nicht mal so gut. Zum Glück haben wir hier zugemacht, weil ich habe das Gefühl, diesmal werden sie durchbrechen und werden vielleicht sogar bis hier oben hinkommen. Dann haben wir aber immer noch die Phantom-Darts-Towers hier unten und die beiden. Und währenddessen können eben unsere Energie-Kollektoren auch nochmal Energie sammeln und die Golems wiederherstellen. Insofern könnte das hinhauen. Jawohl, jetzt haben wir zwei Poison-Ballista-Tower. Hä, wieso ist denn der angeschlagen? Ist da wirklich einer durchgekommen? Hat das hier auch? Sind da wirklich Leute durchgekommen? Haben die Tower angeschlagen? Ich glaube es ja wohl. Boah. Eine Prozession. Was haben wir denn da? Also Spectres. Ich nehme mal an, Spectres sind gegen... Oh mein Gott, was liegt hier unten? Achso, das sind die ganzen Darts, die hier geschossen werden, ne? Ja. Ich vermute mal, Spectres... Also die Fire-Elementare sind wahrscheinlich gegen Eis empfindlich. Spectres vielleicht gegen... Oh, Child Spectre. Das ist aber grausam. Choi Roman wurde geboren. Ah ja, super. Ähm, was haben wir hier noch? Child Zombie. Spectre. Slime. Da weiß ich jetzt nicht, wo gegen die... Wo gegen die eventuell... Fire-Elemente... Äh, anfällig sein könnten. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, gegen alles mittlerweile, was da. Unsere Golems sind die Lightning-Produzenten. Und Eis, Feuer und Poison haben wir ja auch hier. Himmel, Herrgott. Also da kommt schon die nächste Welle. Also ich glaube, unser Plan, hier Verteidigung zu errichten, ist gescheitert. Kann froh sein, wenn wir hier überleben. Aber wir haben uns am Anfang... Also ich habe mir am Anfang halt auch relativ viel Zeit gelassen, ne? Also ich habe ja wirklich lange, lange Zeit... Habe ich hier einfach so vor mich hin gebastelt. Immer so überlegt, was könnte man noch machen, wenn ich da... Glaube ich, zielgerichteter vorgegangen wäre. Hätte ich deutlich schneller hier runterkommen können. Deutlich bessere Pläne auch für Verteidigung machen können. Aber man lernt ja, man lernt. Und wir haben für das nächste Mal gelernt. Denn ich habe das Gefühl... Ich werde jetzt hier ziemlich viel investieren, um möglichst viele... Ich könnte hier an der Seite noch... Das wäre eigentlich eine Idee, oder? Ich könnte hier an der Seite noch weghauen und dann noch die Mauer hier erweitern. Ähm, ja, das könnte ich tun. Ist nur die Frage, ob sie dann einfach die Mauer hier unten angreifen. Aber von der Reichweite her wäre das eigentlich okay. Wobei ich ja den Plan hatte, hier unten die Mauer hinzusetzen. Ja, das könnte aber trotzdem hinhauen. Ja, meine Güte. Dann werden wir uns jetzt eben... Ja, bleibt uns was anderes übrig. Oh! Unsere Stonecutter sind ein bisschen zu fleißig. Jetzt wird nämlich gerade nicht so viel Stone gebraucht. Und offenbar sind die Lager voll. Deswegen... Jawohl. Die Lager sind komplett voll. Deswegen liegt schon alles so rum. Und hier oben ist auch alles voll. Jawohl. Sehr schön. Das heißt, im Augenblick wird tatsächlich nur Wood gebraucht. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass wir dann genug Ressourcen und Materialien haben, um hier unten unseren Mauerausbau anzugehen, wenn die Nacht vorbei ist. Wenn diese Monster alle noch angekommen sind. Ja, die verbrauchen halt wirklich ziemlich viel Munition, ne? Hm? Was? Wer? Was? Achso, das sind unsere Einwohner, die hier weglaufen. Ich habe gerade schon gedacht, da wären wieder... Da wären wieder Monster drin. Tja, was soll man dazu noch sagen, ne? Ist einiges los. Und da kommt der Munitionsnachschub. Sehr gut. Ich könnte natürlich jetzt noch den Weg hier ausbauen, damit die Munitionsnachschub auch schneller liefern können und dann hier so rum. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie das hier am Ende aussehen wird. Deswegen würde ich das wahrscheinlich eher erstmal nicht machen. Okay. Okay. Ja, ich glaube aber, die Nacht haben wir ziemlich gut überstanden. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass hier jetzt wahrscheinlich noch relativ viel kommen wird, oder? Ja. So, Spring will arrive tomorrow. Wir werden überleben. Das wird ausreichen, um durch die Nacht zu kommen. Also, da habe ich jetzt nicht so die Sorge. Was wir jetzt machen werden, ist auf jeden Fall... Wir müssen... Es führt keinen Weg dran vorbei. Also, Verteidigung ist jetzt wirklich unsere oberste Priorität. Ach, verdammt, kann ich ja gar nicht bauen. Ööö, ich bin so doof. Äh, halt. Da war, da war was. Hier, Lightning. Large Fire Pit. Bauen wir mal eins so hier in die Ecke. Bitte. Hat allerhöchste Priorität. Denn damit breiten wir uns dann in diese Region hier unten aus und können eben da auch bauen. Können wir wegmachen, sobald wir... Eigentlich könnte man die hier vorne auch schon wegmachen. Ööö, nein. Verdammt. Okay, ich kann jetzt nur ein Large Fire Pit. Dann muss ich die Mauer bauen und dann muss ich, äh, dann müssen wir das, äh, die, die... dieses Keep hier aufgraden, äh, upgraden, äh, damit wir... damit wir überhaupt Gebäude bauen können. Das ist jetzt ein bisschen doof. Habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, verdammt. Jetzt liegt nicht alles rum. Bandagen. Okay. Und jede Menge Energie. Eigentlich schade, dass wir die nicht sinnvoll gebrauchen könnten. Ich könnte mal gucken, ob wir hier nicht irgendwie noch einen sinnvollen Lightning Bolt... Cold Aura... Magic Bolts... Banish Flame... Earthquake... Meteor... Okay. Healing Aura wäre natürlich eine Sache. Resurrect brauchen wir gerade nicht. Oh Mann! Leute, ich habe nicht so viel Essen! Stattily repairs Golems and Buildings in a small area for a short period of time. Gar nicht mal so schlecht. Mhm. Storm, an extremely dangerous spell that causes huge... Okay. Muss ich mir hier gleich angucken. Wir haben hier gerade keine Zeit. Wir müssen bauen, bauen, bauen. Und wer auch immer jetzt kommt an, äh, Dingern, an, an, an Nomaden, der kann direkt mitbauen. Sehr schön. So, hier unten. Genau wie es geplant war. Sehr schön. So, zack, 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 zack. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie war das mit der Reichweite von den Poison Tauern? Die sind okay. Das ist... Die sind alle in Reichweite. Sehr gut. Das heißt, wir können auch fröhlich hier runter bauen. Müssen dann eben nur gucken, dass wir vielleicht hier das Tor hinsetzen. So. Und jetzt beeilt euch mal, meine Lieben. Jetzt beeilt euch mal. Und vor allen Dingen, das hier muss auf jeden Fall weg. Das geht nicht. Ich kann hier kein Holz oder sowas gebrauchen gerade. Ähm, das da müsste eigentlich auch weg, um ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Deswegen mache ich das jetzt gerade auch mal. Da haben wir zum Glück gerade genug Bauarbeiter, die sich drum kümmern können. So, dann müsste auf jeden Fall auch weg. Ich würde tatsächlich gerne... Ja, pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Wir ziehen hier oben... Machen wir das hier auf jeden Fall mal weg. Ziehen dann vielleicht die Mauer eventuell runter oder so. Muss mal gucken, wie wir das machen. Aber den Platz würde ich auf jeden Fall noch für Tower gerne benutzen. So, die haben den im Blick, den im Blick, den im Blick. Das heißt, die hier hinten können auf jeden Fall hier vorne alles abknallen, was ankommt. An diesem Tor. Und alles, was hier unten ist, wird es vorher schon erreichen. Das heißt, irgendwann haben wir uns hier unten mit Tauern runtergearbeitet. Und was immer an Monstern kommt, wird dauerhaft im Beschuss sein. Selbst wenn die erste Verteidigungslinie durchbrochen ist, ist es unter Beschuss von Linie 2 und 3. Wenn die zweite durchbrochen ist, ist es unter Beschuss von Linie 3 und 4. Wenn sie dann noch weiterkommen, naja gut, dann sind wir so gut wie tot. Aber hier unten können wir auch noch ein paar Golem-Kombulatoren hinpacken. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir dann hier unten auch nochmal Golems haben. Und das hier sollte auf jeden Fall auch noch dahin. Aber wie gesagt, ich kann es mir aktuell nicht leisten, denn wir müssen gleich erstmal die Keep erweitern. Und erstmal muss die Verteidigung hier unten stehen. Sonst sehe ich schwarz. Steine haben wir genug? Steine haben wir genug. Sie holen auch schon neue Steine. Das finde ich sehr gut. So. Achso, was mache ich hier eigentlich? Ach, guck mal. Haben sie was stehen gelassen? Was soll denn das? Halbe Arbeit. Immer diese halbe Arbeit von den Leuten hier. Das ist unfassbar. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass wenn die Corruption hier mal ankommt, dass die einfach den Wald weg senst. Das machen die ja auch gerade da unten. Die korrupten sich hier einfach durch, sensen den kompletten Wald weg und sind dann da. Das heißt, wir müssten eigentlich... Okay, wir müssen neue Pläne schmieden. Es bleibt mir nichts anderes übrig, außer die Verteidigung komplett hier rüber zu ziehen. Zumindest mal bis zu diesem ersten Berg, weil ich glaube, hier oben wird es länger dauern, bis sie sich durchgearbeitet haben. Aber theoretisch müsste ich die Verteidigung hier oben rüber ziehen. Und auch hier entlang dann ist... Boah. Muss mal gucken, wie weit er sich hier oben ausgebreitet hat, wenn ich die Verteidigung hier oben rüber gezogen habe. Dass ich dann gucke, wo ich die nächste Linie mache, die wir aufbauen werden. Aber wir überleben, wir überleben, wir überleben. Das ist das Wichtigste. Baut ihr bitte ein bisschen schneller. Das ist relativ wichtig. Es geht auch um euer Überleben. Das wisst ihr. Ist euch bewusst. Ist nicht so gut, wenn ihr da rumtrödelt. So, wir graden das hier sofort mal ab. Ich weiß, mein Englisch ist gerade grandios und furchtbar, aber es ist halt so. So, hier ist genug drin. Die Häuschen sehen gut aus. Wir konnten auch genug Leute unterbringen jetzt. 80, 85, jawohl. Hier machen wir nochmal High Occupancy. Das sieht auch schick aus. Vor allen Dingen, ich wollte es einfach mal machen, damit wir mal sehen, wie es aussieht. Ist ja auch mal eine ganz schöne Angelegenheit. So. Ich werde jetzt aber gleich jetzt mal ein ganz kleines Aufnahmepäuschen machen. Guck grad mal auf die Uhr. Ist jetzt so anderthalb Stunden ungefähr. Das heißt, ich kann die Folgen auch ein bisschen länger schneiden. Ich will einfach bei Rise to Ruins nicht zu viele im Voraus aufnehmen. Also es gibt Spiele, die ich auf dem Kanal habe, wie das zum Beispiel bei Pathfinder Kingmaker so ist. Da habe ich insgesamt, bin ich da jetzt für den nächsten Monat schon komplett. Also ich habe quasi sehr viel im Voraus aufgenommen, weil ich ja nur eine Folge pro Tag in dem Projekt rausbringe bei Pathfinder. Ist natürlich aber auch eine Problematik, weil man kann einfach nicht so gut auf Kommentare eingehen. Ist bei einem Rollenspiel aber auch nicht so dramatisch, weil Rollenspiele sind meistens sehr, ich will nicht sagen linear, aber jeder hat da seine eigene Weise, wie man das spielt. Das heißt, ich spiele es auf jeden Fall so oder so, wie ich will und lasse mir da auch nicht erzählen, was ich anders zu machen habe. Das heißt, da ist es nicht so schlimm, wenn ich so weit im Voraus aufgenommen habe, dass ich eben nicht auf Kommentare so intensiv auch im Spiel eingehen kann. Im Gegensatz zu hier, diesem Spiel, da ist es tatsächlich, wenn ich jetzt hier einfach aufnehmen würde und hätte die nächsten 27 Folgen schon vorproduziert, dann macht es ja keinen Spaß mehr, dann braucht es ja nichts mehr zu kommentieren, weil ich kann sowieso nicht darauf eingehen. Das bringt ja nichts. Ich kann dann nur noch sagen, ja, keine Ahnung, die nächsten 27 Folgen kann ich den Tipp nicht umsetzen, Toni. Weißt du Bescheid. Deswegen, ich muss halt gucken, dass ich hier allerhöchstens, so wie jetzt, vier Folgen im Voraus aufnehme, dass ich eben dann wenigstens irgendwann nach drei Tagen oder nach vier Tagen auf das eingehen kann, was wir auch besprochen haben oder was ich an Infos bekommen habe. Oh, guck mal, ist fertig hier unten. Gut, pass auf, dann mache ich jetzt folgendes. Ich mache jetzt mein Aufnahmepäuschen, will jetzt gar nicht zu lange viel Zeit hier verbringen. Beim nächsten Mal kümmern wir uns dann darum, hier unten mehr Tower hinzubauen. Ähm, ja, die Crystal-Dinger hier würde ich tatsächlich gerne behalten, wobei eigentlich nicht. Eigentlich haben wir echt genug Crystals, falls wir sie mal brauchen, können auch noch ein paar Crystal-Lager bauen und können die auch... Eigentlich kann ich die weghauen hier. Ich habe jetzt die hier im Bereich... Ich haue die... Nächstes Mal haue ich die weg. Hau ich weg. Erinnere mich daran, dass ich das nächste Mal weghauen will. So, ähm, ja, ich rede gar nicht viel drum herum. Wir machen ein kleines Päuschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und vielen, vielen Dank für die Hilfe und für eure Teilnahme an diesem ganzen Projektchen hier. Von dem ich noch nicht weiß, wie lange es dauern wird, aber schauen wir einfach mal. Ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.